Ich gründe jetzt gleich unsere Gilde und dann nehme ich euch natürlich mit. All das gibt's nach dem Intro. So, mir fehlen jetzt noch wenige Erfahrungspunkte bis Stufe 30 und dann kann ich endlich die Gilde gründen. Und ich nehme euch jetzt auf den letzten Sekunden, sage ich mal, hier noch mit und nutze die Zeit vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr in Zukunft nichts mehr zu Diablo Immortal verpassen möchtet. Oder mir auf Twitch zu folgen, denn da werde ich ab morgen regelmäßig Diablo Immortal Content streamen. Oder ihr kommt auf unseren Discord-Server, denn da planen wir gerade eben diese Gilde, die ich jetzt gleich gründe. Und da ich die Frage immer wieder erhalte, ist die Gilde voll? Jetzt noch nicht, weil sie noch nicht da ist, aber wir haben auf jeden Fall viele Interessierte bei uns auf dem Discord. Es ist aber schon in Planung, eine Schwester-Gilde zu gründen, das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall einen Platz. Habt da keine Sorge, ihr kommt bei uns unter, also kommt gerne auf unseren Discord-Server. Jawohl. Stufe 30 erreicht. So, okay, also, Abenteurer, Plan, Clan-Details, Clan-Erstellen, Me-men-o-mo-ri-senden. Plan-Nachricht, ich hoffe, die kann man im Nachhinein noch ändern. Äh, herzlich willkommen. Herz. Oh, Herz darf man nicht. Nein, darf man auch nicht. Erstellen. Da ist er, unser Clan. Aktuelle Mitglieder, eins von 100. Plan-Mitglieder. Alles klar. Ja, so, dann sag ich jetzt bei uns im Discord Bescheid und dann beginnt die große Aufnahme und wie eben schon gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt auf unseren Discord-Server und joint Memento Mori unserer Gilde, beziehungsweise unserer Schwester-Gilde, die vermutlich dann auch schon bald gegründet wird. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses ersten kleinen Videos aus der Final von Diablo Immortal angekommen. Ich sag wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal. Mal. Schö und gerne.